Dann bin ich wieder zurück hier bei Ben und Ed und ich sehe es gerade nicht bei mir, aber angeblich heißt diese Map Pan's Höllenhüpferei. Ich krieg richtig gute Laune. Heißt die nicht so? Bei mir steht noch Gronkh Pan Curry Toon. Bei mir auch, bei mir auch. Das ist bestimmt kein Bug, das ist bestimmt gewollt. Ja, jetzt vielleicht. Hä, eine weitere Karte für die Creme de la Creme der deutschen YouTube Szene? Ja genau. Was hat das mit uns zu tun? Ja, bei mir auch. Aber ist halt Pan's Höllenhüpferei. Okay. Ja dann, ja dann. Ich hasse dich jetzt schon. Das wird toll. Ich habe Angst. Höllenhüpferei hat man nämlich schon mal von der Folge oder zwei. Moment, Moment. Was ist denn für ein Klavier wieder? Ah, was? Ähm. Allergeil. Ich bin tot. Ey guck mal meine Schuhe stehen da noch. Was? Alter das ist ja mega mies. Entschuldigung. Oh Gott. Ich hasse dich um die Ecke hüpfen. So krass. Ich auch. Ich auch. Ich möchte, dass es stirbt einfach. Und ich hatte kein Mitleid. Und jetzt? Waaaaaah. Okay. Hä, wie soll ich denn das Hühnchen jetzt nehmen? Du Hähnchen. Nein. 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 Wie soll ich mein Hühnchen weg? Das musst du erst mal schaffen jetzt gerade. Nein. Mein Hühnchen ist einfach explodiert. Hanno. Pan, lass es Pan. Hä? Ich stehe da nur noch rum. Ich wollte nur eben was tun. Oh Gott. Geh weg. Mein Hühnchen ist weg. Nein. Was für ein Hühnchen? Ja, flieg weiter. Komm. Ne. Bescheuert. Was ist das da drüben? Nein. Das ist ein Dildo. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Puh. Puh. Und jetzt? Hier hebt man doch auf, oder? Oh, warte mal. Mir fehlt ein Arm. Oh. Ich guck noch mal was da drüben war. So, wie geil. Ah. Alter, Curry. Ich ja auch. Wieso steht er nicht mehr auf? Oh, oh. Der Hand zittert. Oh, oh. Ich bin krank als Patient. Weg. Nice. Alter, das ist ja unsachbar. Was zum Teufel? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin ganz ruhig fahren. Bist du da jetzt gerade runter vor dem Check? Ja. Ja. Mach's so gut. Nein, ich wollte gerade ruhig springen. Nein, ich hab's doch gut. Ich hab's gut. Warte mal, geht das? Oh. Ja geil. Nein, Alter! Jetzt scheiß Kreis. Okay, jetzt weiß ich. Ich bin einfach im Kü... Bönerkreis. Das war keine gute Idee, hier hin zu hüpfen, oder? Ne, ich glaube nicht. Hey, Laser! Laser! Wow! Wow! Au! Warum hab ich das gemacht? Ehm, und jetzt? Ah, hier. Oh Gott! Hammer! Ey, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt mal drüber laufen oder was? Nein! Tobi? Ja? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ficken! Was? Boah, Tobi, geil! Jetzt! Ja, gleich Tobi, gleich! Ist manchmal echt, da könntest du echt irgendwie so ein bisschen, äh... Ne? Ja, der Tobi hat zurück. Das gibt's doch nicht! Wie viel ist das denn? Wie viel ist das denn? Du böse Sau! Wer auch immer das gebaut hat. Tobi! Oh nein! Was? Was? Das ist ein Kitter! Steh auf! Er steht... er stand nie wieder auf. Steh auf! Wenn du ein Loki bist! Steh auf! Nein, ich stecke nie. Ist du der Antichrist? Nein, ich stecke nie! Alter, wie böse ist das denn hier? Oh Gott! Nein, das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Och mann, Alter, diese Scheiße mit diesen Dreckdingern da, ey, das ist doch echt nicht wahr. Wo ist denn jetzt schon wieder das Ziel? Ich seh's einfach nicht. Hier, hier über die Dinger musst du kommen. Wir sind überall fliegende Blöcke. Nein! Über die Dinger! Piss gleich hier in der Kammer, ey, ganz ehrlich. Hey, das steht bei Tobi, komm! So weit ist das jetzt noch nicht, Tobi, ne? Doch, Curry, weil das Fickding springt, ganz ehrlich, ich könnte gleich auspassen. Ja, das Fickding, das ist gleich wieder ganz. Dass das einfach manchmal nicht klappt mit dem Springen, ne? Alter, das ist richtig böse! Ach, ihr Säcke, was macht ihr denn da? Was denn? So macht ihr das, also, ich seh doch jetzt, was ihr macht da hinten grade. Vielleicht. Das gibt's doch nicht, warum hat er mich erwischt?! Diese arschgefickte Mistgeburt! Ey, 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 ey! Was war das denn, Alter? Was hat er gesagt? Und jetzt wirft er seinen Kopf unter den Ventilator! Was hat er gesagt? Alter, hab doch wohl nicht mal! Ähm, muss ich jetzt hier wirklich rüber? Nein, mein Spiel ist abgestürzt! Äh, ja. Oh, Curry, ist das dein Ernst? Ich merke es gerade. Alter, so eine Scheiße! Ach ja, geil, ich roll schnell ins Ziel! Curry ist weg! Ich kann durch Luft rollen! Alter, was ist das für ein Ziel? Ja, Checkpoint erreicht! Okay! Oh, ja, Curry hostet übrigens! Ja, super! Ach guck mal, Chrissy! Chrissy macht grad ein paar Torratower! Toll! Warum willst du nur so wenig hier? Das kann doch nicht sein! Chrissy, tue nicht zu, oder? Ich weiß gar nicht! Oh! Tobi, bitte! Das ist jetzt auch nicht mehr lustig und ich hab auch nicht mehr gelacht jetzt, ne? Da ist der lustig, Curry! Nein! Hey, ganz kurze Frage, ne? Der Curry muss ja gerade sein Spiel neu starten, ne? Mhm. Wollen wir ganz kurz mal bei Chrissy reinschauen? Äh... Kann man einfach so reinmachen? Ja, aber der hatte Curry nichts, oder? Achso, ja, stimmt. Ja, das so. Jetzt hab ich schon gedrückt! Scheiße! Warum hab ich gedrückt? Was ist denn Chrissy? Weiß ich nicht! Äh... Wir können doch nur mal Hallo sagen! Ja, nur Hallo sagen! Nur mal Hallo sagen! Rubin! Yeah! Hey, wo gibt's denn hier Chrissy? Ich kann nicht... Ich kann nicht... Check's nicht... Kann's im Glück, kann ich reingehen! Einfach mal Leute überfallen! Hahaha! Ciao! So! Und jetzt wieder raus! Hahaha! Nein! Das war nicht so cool! Oh, schön! Ich find das voll gut, eigentlich! Huh! Bestimmt, irgendein Amerikaner, der keinen Plan hat, wer wir sind! Ja, bestimmt! Hahaha! So gut! Da kommen drei Leute rein, feiern kurz und gehen wieder! Nur ein bisschen unten? Ne, das bist du noch nicht, dass ich Glück habe! Warte! Ich mach grad wieder auf! Ach man ey, das ist doch doof! Und wir waren so weit! Ja... Hashtag DankeCurry ey! Läuft wieder! Läuft auf jeden Fall wieder! Ich hab's jetzt... Ich hab's aber wieder aufgemacht! Ihr könnt reinkommen, wenn ihr wollt! Müsst ihr aber nicht! Okay... Ja... Okay, dann geh ich bei Chris wieder rein! Du kein Bock hast auf uns! Ja, was soll's! Was soll's! Alle können... Alle können kommen außer Tobi! Okay... Ja, zack! So, Erik noch! Alles klar, wir legen los! Okay, tschau! Los geht's! Alles klar, tschau! Das stimmt, dann ja! Dann ist auch ein Tobi! Geh ich euch hier drüben rein! Komm Tobi! Komm jetzt wieder hier! Kommste ran! Kommste ran, Alter! Kommste ran, Alter! Fahrla, Fahrla! Komm ran! Komm, Tobi! Hey! Ich komm nicht mehr rein! Ich glaub, wenn du jemanden kickst, dann ist derjenige gebannt! Äh, was? Ich hoffe nicht! Hast du Tobi gekickt, oder was? Ja! Nein, der Tobis rausgegangen! Oh, Server ist close, doch schade! Mensch, Alter! Tobi, Mensch! Ich hab dich nur verarscht gehört, ich wäre reingekommen. Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Ja, komm Tobi, komm jetzt rein. Geil. Wie, falsches Passwort. Zahn. Zahlen? Zahn. Tobi, komm rein da. Ach, da ist er ja schon. Ah, ist klar. Da, da, mhm, mhm, mhm. Werdig, los geht's. Oh, alles klar. Schon wieder Part, bitte nicht nochmal passen. Aber das haben wir doch noch gar nicht geschafft. Ja, da kam man nicht durch. Aber wann wir so ein nicer Dice unterliegt waren. Wir müssen zumindest mal das Ziel, Valkyrie auf dem Channel sehen. Aua, hör mal auf. Okay, tschau, Valkyrie. Du kannst das Fuh nicht aufnehmen, wenn du so bist, ne? Mann. Du kannst ja nicht gut aufnehmen. Hä, wieso hab ich den Arm verloren? Hä? Nein. Ja, Tobi. Scheiße, ne? Ach, komm, lecken, ey. Ja, Tobi, scheiße, ne? Ähm, was war das denn? Du kannst das Huhn übrigens nicht aufheben, wenn du keine Beine mehr hast, Tobi. Komisch eigentlich, man müsste ohne Beine weiterfliegen können, ne? Hä? Was war das denn? Hä? Hä? Ich war plötzlich einfach wieder unten, ohne irgendwas. Höh. Naa, der da! Hallo. Hallo. Huh. Ich hab es noch, ich hab es noch. Nein! Nein! Tschau, Huhn. Doch, Tobi. Ich hatte alles. Das ist auf jeden Fall nicht so meins. Ich glaube, ich nehme dann mal wieder. Nein! Was? Willst du mich verarschen? Alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin gerade vor dem Checkpoint durch die Lücke gefallen. Ey, du mich noch mit! Es hat also, ob ich was dafür kam, wenn das abstürzt. Ja, er hat schon Alter 4 gemacht, ey. Ja genau, auf jeden Fall Tobi. Boah, ich komme nicht unter einer Minute ins Ziel. Da muss ich sofort Alter 4 machen. Ja, das war dumm. Warte mal. Spann, ey. Das geht doch nicht drauf. Ja, ist doch viel, viel besser. Komm schon, jetzt aber. So, tschau, Huhn. Jawoll. Und ab geht der Spaß. So, na, Gott sei Dank. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Curry, hast du eigentlich einen Brotsprecher gemacht für die Hühner? Oh Gott! Gott, das ist gut. Oh Gott, das ist gut. Oh Gott. Boah. Woa! Nicht ernsthaft! Ey das ist nicht wahr. Du musst da sein? Wie? Ja, das ist so. Auf das dünne Gitter musst du laufen. Auf das dünne Gitter? Hölle! Tobi, kannst du den Erik mal führen, kurz bitte? Du darfst so nicht langsamer werden, Erik, sonst schickst du diese Löcher da rein. Okay, als Kopf kriegst du dich auf jeden Fall aufgesch... Oh nein! Curry, ich hasse dich so sehr! Ja, es tut mir doch leid, Mann! Mann! Mann, ich möchte Curry aufkommen. Ja, Mann, kommt schon, Mann, bitte! Hör ich Curry mal verkrügeln, nein? Nein, ich weiß doch... Nein, Thomas! Du kannst da aufkommen, Bahnen. Okay, okay, okay. Ich dachte, ich muss irgendwie... Warte mal. Ja, geil. Packst du dein Messer fest? Komm, du schaffst es jetzt. Du bist doch manchmal echt verarscht, ne? Alter, das ist ja furchtbar mit dem Gitter. Jetzt. Pass auf. Pass auf. Ja, geil. Weg ist der Köppel, ne? Komm, das kriegst du hin. Das ist einfach hier rechts. Ja, ja. Genau. Hoch rennen. Und einfach... Alter, ich seh da hinten, wo der Go... Hä? Wo kommst du denn, Tobi? Hi! Hey, Tobi! Gib mir deinen Körper! Warte, ich schmeiß dir den gleich rüber. Jetzt komm. Einfach, einfach auf dem Würfel landen dann. Okay. Also, dem großen hier. Ja, okay. Zack. Jetzt ganz langsam einfach springen. Das ist doch nicht. Einfach zack. Nein! Nein! Das ist das Schlimmste, wenn etwas einfach ist. Boah, ist das mies. Nein, das ist nicht einfach. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Geil. Alter, ist das scheiße. Ich krieg das mit dem Kopf da hinten nicht hin. Nein, jetzt wirf doch diesen Scheißkopf! Was für ein Kopf meint du denn? Du kannst drüber springen übrigens auch mit dem ganzen Körper. Zu dieses, zu diesem Luftding da. Ja, ja. So hab ich das gerade gemacht. Ich bin erst abgesprungen da, wo die, wo, wo eine von diesen Sägen drauf ist. Jawoll. Erst da bin ich abgesprungen. Okay. Das ist gut zu wissen. Ja. Hä? 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 Dafür brauch ich aber irgendwie 17 Tode, um das zu schicken. Nein, 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 nein. Sherry Sherry Lady, Alter. Ja. Oh, ja. Ah, Tatsache. Scheiße, ich darf mich nicht darauf konzentrieren. Jetzt einfach so und jetzt musst du einfach oben hochwerfen den Kopf. Im Springen aber. Ja, warte. Ich schwitze. Okay. Hals gedrückt und im Springen. Ja. Oh, ist das ekelhaft. Geil. Oh, die Schrift aus dem Bild. So. Oh, ja. Jawoll, jetzt geht's los. Wenn du da her rennst, kannst du V rücken. Ah! Ah! Hör mal zu. Wenn du da her rennst, drück V im Rennen. Wenn die jetzt gleich runter sind. Was ist denn V? Wenn die jetzt hoch sind. Ah, die Rolle. Genau, die Rolle. Ich hab die am Anfang direkt gedrückt und damit gesprungen. Ich bin da drüber gesprungen einfach. Spring doch einfach über die Auge. Seid ihr alle schon im Ziel oder was? Ja. Ich hasse euch. Ähm. 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 Hä? Ja, ich schaff es. Ich schaff es. Ich schaff es. Ich schaff es. Yeah. Ich schaff es. Wie gesagt, du kannst auch einfach in der Mitte über die drüber springen, ne? Oh, vorsichtig. Einfach warten, einfach warten. Vorsichtig. Oh, ja, ja, ja. So geht's. So geht's. Alles klar. Wir sind ja eh nur noch 7 Leben. Alter, was für ne Bescheidere. Die ist so furchtbar. Ey, die ist voll cool. Die war doch gestoppt. Ja, sehr gut. Und jetzt einfach auf den... So, und bei den... Einfach wieder? ...schönen Streamen auf den Eisen. Warte. Genau, nur auf. Einfach am besten rechts laufen oder so. Was? Einfach in der Mitte. Genau, gerade auf. Genau. Und jetzt rechts und jetzt einfach rechts. Und jetzt rechts und jetzt einfach rechts. Und jetzt rechts und jetzt einfach rechts. Warum macht denn jemand... Wer ist denn so ein Menschenhasser? Jetzt... Oh, du läufst ein bisschen zu weit rechts. Äh, links meine ich. Ja, ja. Und jetzt einfach in der Mitte... Jawoll. 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 Muss ja da rein? Jetzt einfach hoch springen, genau. Und auf den Cube direkt landen über dir. Genau, über dir ist ein blauer... Nee, ja irgendwas. Einfach landen da, genau. Genau, einfach da. Nein, nicht da. Jawoll. Hä, wie nicht da? So. Nee, ich dachte, du wolltest direkt auf einen der kleinen. Komm schon. Du kriegst es hin. Du kriegst es hin. Okay, und jetzt... Jetzt sind wir ruhig, jetzt sind wir ruhig. Bitte nicht, wir Erfen. Wer war da? Wer war da? Es war so klar. Okay. Nein, nein, nein. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt nach oben gucken und eben springen werfen. Komm schon. Candy Steak. Candy Steak. Der hat nicht geworfen! Der hat schon wieder nicht geworfen, diese alte Ficksau. Alter, es ist schon zum dritten Mal diese verfickte Ficke mit dieser verfickten Steuerung, die nicht funktioniert. Oh! 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 Okay, jetzt. Tobi lacht mir ein bisschen zu viel, wir spielen gleich wieder den Turm. Oh! 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 Yeah! Oh! He smelling doch mal... Ihr müsst euch dieses Mal seitlich angucken. Also nicht vom vorne, seadores seitlich. Ja. Sieht so krass aus. Joi! Ja! Woohoo! OStt. Ok, jetzt kommen wir jetzt mal... Konzentrier dich. Was? Noch mehr? Ich bin so hart am schwitzen gerade. Nicht reden. Sherry, du musst jetzt nichts sagen. Ich kündige. Sag mal, läuft da eine Webcam noch? Lustig? Nein. Nein, da läuft gar nichts mehr. Das ist nur so ein schwitzender... Wer war das? Diese eine Tomate einfach immer. Ey, ey, ey. Oh, nein, bitte. Wenn hier jetzt ein Stuhl kommt. Boah. Also ich kann meinen Stuhl leider nicht halten. Okay, er schafft das. Er schafft das. Ey. Nein, Mann! Okay, jetzt kommt, kommt. Ey, was ist das denn? Ey, das war gar nicht mal so schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich bin DJ. Boah. Ne, die Map gefällt mir nicht. Die Map gefällt mir einfach nicht. Die finde ich nicht so gut. Alter. Alter. Ne, jetzt ist ein Scheiß-Web leider. Tut mir leid. Wer auch immer die gemacht hat, die ist scheiße einfach. Das liegt nicht an mir. Die ist einfach scheiße gemacht. Okay, dann war's das für diese Folge. Entschuldigung. Wollte gar nicht lachen eigentlich. Was ist das für diese Folge? Und, äh, mal gucken. Ich weiß nicht, ihr wollt gleich noch eine aufnehmen. Aber ich bin gespannt, was es in der nächsten Folge gibt. Bis dahin. Ja, danke fürs zugucken, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss.